guten tag hier ist der zweite teil vom cw machst du mehr loons und eile? ja kann ich machen ist nicht das thema aber erstmal muss ich angreifen vielen dank vielen vielen dank dann gucken wir wir spähen noch mal hier rein dann habe ich noch ich muss mal gerade mal schauen wie es mit meinen truppen aussieht genau sechs mauerbrecher sechs heiler passt ist in ordnung passt alles komplett durch ich schaue noch mal rein hier droppen cb ist da die kommt dann garantiert auch dass die die queen muss ich relativ schnell die die obwohl wenn die wenn die bowler kommen die knallen hier auch gleich auf die luftabwehr das sollte klappen das sollte klappen ich mache das jetzt mal also ein 2 star sollte das safe werden 1 2 3 4 so dann hier ein paar bowler 12 hier ein paar bowler ich weiß sie sind sehr dicht beieinander sollte aber nicht das problem weil ich haue jetzt alle mauerbrecher rein weil ich denke dass das gar nicht so verkehrt sein müsste alle bowler drin jetzt ein rage king und queen weil halt die cb truppen sonst richtig eskalieren denke ich schade laufen eine falsche richtung das ist nicht unbedingt gut gucken wir mal was die queen macht wo rennt die queen rum die rennt da rum dann kommen mir leider die cb truppen ganz schön in die quere queen wird aber geheilt sehe ich hier da rennt die die queen muskel ja klar da sind die scheiße das hätte ich mir besser vorgestellt die hätten besser rennen müssen kacke ärgerlich dann muss ich jetzt gucken da ist gar nichts mehr nervig das ist belastend das ist scheiße auf jeden fall darf ich einfach mal so sagen weil das hätte auf jeden fall besser klappen müssen mein team blödsinn kriegs ereignisse da muss ich nochmal reinschauen das ist mies das ist definitiv mies naja klar die 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 sachen außen haben zu sehr abgelenkt hätte ich eventuell ein bisschen mehr warten müssen dass die bowler hier noch ein bisschen mehr freigeräumt hätten dass die helden dann reinlaufen scheiße das ist ärgerlich weil die die sterne hätten auf jeden fall gebraucht auf jeden fall rage das passt das ist vollkommen in ordnung aber ganz ehrlich leute jetzt mal ohne scheiß naja das ist ganz minimal war also so dass sozusagen jetzt der weg des kings in die richtung und dahin die queen war bestimmt noch dass die von hier aber von hier aus ist die auch nicht daran geht ah das ist ärgerlich das ist schade ach ja Mist ey so so schön eigentlich gedacht aber dann okay Mist ja auf jeden fall so jetzt gucken wir mal ach so jetzt wollte noch jemand was gespendet haben oder ne scheint wohl wieder scheint wohl wieder nicht mehr up to date zu sein ich hau ihn mal wieder rein ah das ist ärgerlich da da ärgere ich mich echt ein bisschen weil das war halt jetzt nicht so dass ich gesagt hätte ich sag mal irgendwie ein spell fail gedroppt oder sowas sondern das war halt wirklich das sah wirklich gar nicht so verkehrt aus alles finde ich also das ist dann echt schade so was live ansehen gucken wir mal ja okay das ist eine kleine ja okay da brauchen wir noch nicht das ist eine kleine sache ah schade da ärgere ich mich echt ein bisschen gucken wir mal auf wen ich mich als nächstes stürzen kann Vietnam würde ich sagen naja und da sollte ich ein three star machen schade 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 marmelade auf jeden fall 24 ich meine wir liegen super weit vorn bloß ich will mir da jetzt auch nicht zu doll darauf einbilden so oh ja den machen wir eh platt dass der Tooster hätte hier sein müssen auf jeden fall das ist unschöne sowas so jetzt gucken wir mal nebenbei ähm wollte ich mal was erwähnen und zwar klar in lesezeichen wir haben ja mittlerweile den keep calm 2 und da können halt die mit den loweren town halls einfach rein kommen der ist zwar auch nur auf einladung lest euch die cb durch dann halt eben ordentliche bewerbung und dann passt das ja zick zack kennen wir ja noch das ist das ist ein sehr großer teil von vom keep calm 1 drin ähm aber sollte passen soweit denke ich boden tank erdbeben die tanken gut würde ich sagen das passt das ist vollkommen in ordnung wie gesagt da muss man dann auch truppen raushauen meiner meinung nach weil alleine schon weil ich auch sehr 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 viel anfrage muss ich auch dazu sagen guckt euch das mal an aber wisst ihr selber sobald man hoch geht sind die spenden im normalfall auch im minus bereich das ist ganz normal so jetzt haben wir hier noch jemanden der loons wollte jetzt gucken wir mal 25 das heißt fünf loons kriegen wir hin 1 2 3 4 5 die werden gejammt kurz und dann ist das gar kein thema dann läuft das dann sieht das spendenverhalten das auch wieder ein bisschen besser aus so ne aber wie gesagt das ist halt immer so und da würde ich auch würde ich wirklich auch nie rumheulen und sagen oh ja zum beispiel jetzt hier an die drei warum hat an die jetzt hier mehr truppen erhalten als er gespendet hat wie gesagt im oberen bereich also ich sage jetzt mal ab meister sage ich mal wenn da halt einer hier sabo genau dasselbe ja vollkommen okay finde ich nicht weiter wild wenn das halt nicht dauerhaft ist klar logisch genau so hat man auch genügend die andersrum hier alexander sieht man auch immer wieder immer schön am spenden ich frage an zack zack kommt das und dann läuft das einwandfrei hier kodi auch jetzt wieder zuvor eben als er oben war genau andersrum sogar eine nuller statistik 700 dinge angefragt null null selber gespendet kein thema wenn man halt nach oben geht dann hat man da kein wenn ja kannst so dann seht ihr denke ich mal im nächsten dann mein nächstes ja mein nächsten angriff eventuell jetzt gucken wir mal noch mal kurz rein wie das hier ach so ich dachte jetzt gerade wie wie ich 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 jetzt wurde ich vom zweiten getustart ist also auch jetzt nicht wirklich schlecht für meine base okay er geht hier rein ja also effektiv halten wir fest die kommen wirklich meistens von der linken seite also links entweder hier unten oder halt aus dem oberen bereich und das ist halt hier sieht man wieder ist scheiß egal dass meine mauern erst auf sieben beziehungsweise auf acht sind vollkommen banane weil die suchen sich dann immer eine andere ecke und kommen dann meistens so von unten um halt es townhall zu knacken halt aber der zweite hat 18 und 20 und 20er helden ok das ist ja auch ein bisschen beschämend aber gut jetzt hat er natürlich gut gefreeßt Ah meine cb truppen leben noch die leben noch Und die werden jetzt in hier richtig noch rasieren ich meine weil kühlen sind schnell aber hier genau genau hier sehen wir es Ja passt junge passt das war richtig nice weil werden die valküren durchgekommen hätten die halt ordentlich rumgesplasht ganz klar jetzt aber klar logisch da Zwei magier die reißen dann den loons auf jeden fall den hintern auf aber hier auch magierturm bringt Ja hier macht er dann außenrum bestimmt noch ein bisschen geplänkel viel mehr ist aber nicht mehr jetzt hat er richtig glück dass halt eben die gesamten hits auf den golem gehen und da Geht dann natürlich der king nicht so schnell dauern ganz klar Bin ich echt zufrieden mit also dass das Ergebnis ist vollkommen ordnung Braucht man jetzt nicht rumhören und sagen oh man die haben tools da bei meiner base geschafft das passt das passt auf jeden fall Schönes ding 73 prozent Finde ich gut finde ich gut finde ich gut vollkommen in ordnung Das ist durchaus ansehbar anschaubar wie auch immer So das soll es dann auch erst mal wieder zu dem video gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen Und gibt es eventuell noch einen dritten teil vom cw haut mal rein ich wünsche euch was